Versuch die Beleuchtung, an der Beleuchtung hochzuklettern. Ah! Geschacht! Jetzt geht's los. Und er wird nie wieder da hochgehen. Ne, das schlechte Seite ist, dass sie jetzt nicht da oben gehen. Diese Schütze sind weg von ihm. Ich glaube, sie wusste das vorher auch, nur vorher war es so, dass wenn sie oben war, hatte sie die Kontrolle. Ja, ja. Das ist jetzt anders. Jetzt ist er auch da oben gewesen. Und wenn beide auf dem Brett sind, ist es vorbei. Das kriege ich nicht hier. Genau. Nun ja, das heißt, wir können jetzt doch nach oben losgehen. Wir müssen mehr machen. Außerdem brauchen wir jetzt ja eh eine Leiter. Die Leiter. Ja.